Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RFC Kaiserslautern Zweite Bundesliga 2017-2018 Zweiter Spieltag, RFC Kaiserslautern gegen Darmstadt Ergebnis 1 zu 1 Startelf von RFC Kaiserslautern Marius Muller, Kessel Foucourt, Robin Koch Meveni, Frechner, Alprag, Krokod, Gutwacha Hafer, Atik, Osave Startelf von Darmstadt Feuer, Fernandes, Hün, Bankerat, Sulu Steinhöfer, Hamid, Altioop, Antrop Kamerfaka, Kampe, Marwin, Melem, Teis, Gras, Kurts, Stoppisch Das war's von Kaiserslautern gegen Darmstadt 22 Uhr 39 High Fisch High Fisch